14 Grad Luft und 16 Grad Wassertemperatur, das ist noch etwas steigerungsfähig. Dennoch hat der Förderverein Freibad Tettens am Sonnabend die Badesaison eröffnet. Vor allem die Tettenser Kinder erwiesen sich als mutig. Sie togten fröhlich durchs Becken. Geöffnet ist das Bad täglich ab 13 Uhr und je nach Witterung bis 19 Uhr oder länger. Der Eintritt ist frei. Zudem stehen im Sommer mehrere Veranstaltungen im Freibad Tettens an. Los geht's am 14. Juni mit einem Shanty-Schwimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017